Servus beieinander, wir haben den 17. Mai 2014, wie man uns schwer am Wetter erkennt, wieder mal Regen, knapp 10 Grad und haben Bezirks-Oberliga Oberbayern Heimspiel SV Wackerburghausen C2 gegen Tuskerwitzwied U15. So, jetzt gehen wir schon langsam raus. Jawohl, jetzt, jetzt brauchen wir es. Aufste, komm! Schuli, bei der Balleruhrung aussieht Vollgas, ihr braucht euch zum Vorspulen. Aufste, 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 aufste. Aufste, 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 aufste. Wollen wir schneller hoch? Ja, die anderen in die Hexen springen. Oh, jetzt geht's nicht! Jetzt geht's nicht! Hey, Jungs, voll mittelfeld! Soll ich mal, dass wir rausgehen, nicht durch! Schau jetzt mal, die nicht weit weg! Komm, haben den Hut! Komm! Jetzt prasselt der Regen voll runter. Ja... Ja... Geh raus, komm, sieh die Breite, geh raus, komm, du bist dauerst weit drin. Geh raus, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Mann, du musst einmal in die Breite gehen, du bist immer im Mittelkreis drin. Bleib mal hier draußen, da wird man über dich auch anspulen können. Da haben wir den Zentrum. Bleib hier draußen. Alles! Geh, geh! Geh, geh! Hey! Komm, komm, komm! Komm! Noch mal, noch mal, noch mal! Rennen, renen! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Mensch, Martin, komm, du brauchst niederziehen. Möchtest du dazusagen, dass wir einen Monat bleiben haben? Komm, komm! Komm zur Wald! Jungs, Absprecher dahinten! Komm, reden miteinander! Ja, deutsch! Ja! Ecke! Komm, lange Pfosten! Stopp! Jawohl! So ist es gut. Siebte Minute, 1 zu 0 für den SV Wackerburghausen. C2. Gut. Erster Schritt zu drei Punkten ist gemacht. Klasse, Jungs! Und weitermachen, ne? Ja, hier. Ja, hier! Du klackst! Ja, hier! Ja, hier, hier! Man, du fährst ja über Außengemämer, das macht es immer wieder. Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey! Da sind wir nicht so hoch, bleiben wir da! So, jetzt ist er da, der ist jetzt! Hey, Jungs! 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 Na, meine Mädchen, jetzt sind sie da, so 10-15 Meter vor dem Strand, ist der aufgesucht, okay? Ja, ja! Immer, immer, lass dich fallen, dass sie sich rein. Komm, immer, gib Gas! Komm! Komm! Wir sind zum – der ist, bitte ich. Komm! 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 Geht los! Geht los! Geht los! Geht los! Geht los! Dann kommt schon hin! Scheiße, ich bin hier! Das ist ein Völkerwanderer, wo man da lebt. Oh, wird das noch nicht machen. Hopp! Hopp! Weiter sehen wir, der nächste Pass. Komm! Ja! Zwei Wegtreib. Komm weiter! Komm! Stopp! Komm! Stopp! Stopp! Jungs! Das sind nur die gefährlichen Fabianbälle. Ja, der Stand da ziemlich frei. Zwölfte Minute, erst gleich zum 1 zu 1. Jetzt drehen wir uns vorne mal drauf. Fabian! Sitzen wir uns vorn bis unter Druck einmal! Hoi! 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 Hu! Bürg, Mati, bürg! Bürg, bürg schneller! Bürg, bürg, bürg! Bye! Jungs, es ist nicht zu einfach, hey, gehen Sie mal hin, die zwei Sächte. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut Bis zum nächsten Mal.